Willkommen zurück liebe Leute zu Life in the Woods in meinem Minecraft Mob Pack Ich werde dir erstmal den guten Herrn hier was klauen Vor allem das Holz hier Das ist übrigens eine schöne stylische Idee die wir da haben Aber ich werde euch noch mal erzählen Weed Get me the weed Oh Gott da kommen die langen Legs Das ist wunderschön Hätte ich bedenken müssen da ich ja hier Gemüse und andere Sachen ernte Und wie man mein Minecraft kennt auch allgemein Mein normales Minecraft Kackt ab egal was ist Default auf größten Einstellungen Kackt es ab wenn es darum geht Gemüse zu ernten Und ist zwar schade Aber kann man da ja nicht machen Deswegen machen wir das jetzt Felix Haben wir es hinter uns Ich kann es ja positiv nutzen Den Schmarrn Es ist Weed Smogweed Und ich möchte ganz kurz mal den hier nehmen Habe ich dann Aha Hier 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 Iron Ja ok So Dennoch möchte ich eine Axt haben Genau für solche Fälle Wie gerade eben Genau just diesen Fall Om nom 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 Erstmal zwei Schnitzel Zwei Schnitzel rein gebremert Und bremmelt Und ähm Ich darf vielleicht schlafen Aber ich möchte das mal Was hab ich denn hier Oh Kann man da noch mit Oh hi 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 Oh my god Die legs are real Aber es ist schön Aber es ist schön Ich glaube die brauchen kein kontaktes Haus Wurscht Ich möchte ganz kurz ganz fix Äh nochmal den hier hinstellen Bob Bob Um Schakalaka Und schauen Yes Nice Und man schon gar nicht mehr Wapp 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 Hier Da 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 Hier ein Tool Packen Wieder Wurde Wurde Dann machen wir das hier Und dann Schrauben Muss ja nicht Alles aus Stahl Wern Momentan Zumindest Schrauben Ich bin eine Doofnase Und Ach stimmt Kann man ja nicht Scheinbar Erstmal schlafen Bah Und ich möchte mich noch mal entschuldigen Für die letzte Folge Mit 23 24 Minuten ich hatte zu viel spaß war das wasser gerade eben schon da wo die stadt geflutet susan die flut und so dann wandern erst mal weiter mit der aussicht auf mehr kühe mehr staff und aber dennoch welche scheiß von denen möchte und ich hoffe es legt nicht also sehr gerade momentan schon ein bisschen blöd vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr ram zuweisen ich weiß es nicht wenn man die erfahrung von der hinterkoppelungen doch immer das möglich war das denn ist das eine ananas das ist ja alles das war kiwi und umwelle natürlich noch mehr backpacks wir brauchen mehr backpacks backpacks und menschen fleisch fluss immer auch wenn ich vegan lebe fleisch ist sehr lecker was du den veganen ist fleisch ist überhaupt möglich in dieser welt scheiß auf veganer alter scheiß auf trend veganer so hat er doch nicht gesagt hat er scheiß trend veganer ich bin veganer weil es niemand ohne veganer ist nicht weil die Tiere leiden oder so ich bin doof ich bin trend veganer natürlich möchte ich jetzt nicht sagen dass jemand unge doof ist sondern alle anderen die diese aussagen bringen die ich gerade gemacht habe als veranschaulichung denn mit solchen leuten will ich und kann ich keinerlei kontakt haben das ist alles idioten alles tome idioten nehmen wir den hier raus dahin und machen wir die nochmal raus und der da raus oh das ist mir nicht aufgefallen aber man hat wirklich eine begrenzung auf 16 das ist heavy das ist harte tobak so was haben wir denn da hinten ein bisschen ausmachen kommt auf den wald da oben sieht es nach sowas aus ok erstmal muss ich jemanden florsch wieder bereit stellen ich würde die gerne umbenennen kann man das irgendwie machen dann werden wir noch mal ganz kurz da rüber latschen und uns die pampkins mitnehmen weil daraus können wir eventuell kuchen machen ach schön warum fressen ich habe gemerkt das schlimmste was es hier gibt ist kein fressen haben ich bin ja momentan eh ohne monster keinen bock auf monster da habe ich genug in vanilla waren das erdnüsse fucking peanuts ohne karotte ja garten kann kommen boah ich hätte jetzt gerne noch ein paar kühlen einfach nochmal ein bisschen mehr backpack action ähm nehm 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 Ging scheinbar in die 1.7.10 noch nicht. Schade. Komm, mach mal hin ey, hey. Mal Zuckerrohr mit. Oh, ich hab da was erblickt. Das hol ich mir schnell. Oh, mehr Kühe. Yes. Aber erstmal mit der Faust. Oh Gott. Ja, natürlich, da startet jemand in Steam ein Spiel und ich sehe es und dann bleck. So viel Kühe, so viel Leeeeee. Oder auch keins. Ah, Leather. Genau das, was ich brauch. Fleisch. Denn, ist ja egal, welche Bergpakes man hat, die ich habe, sind schon eigentlich ausreichend vor. Und, äh, hahaha, da gibt sie gerade den schönen Nachteil dieses Spiels mit. Es ist gerade gecrashed. Kann ich das bitte nochmal starten? Es sollte einfach aufgehen und, äh, für euch. Ich hoffe, dass das jetzt nicht also schon passiert. Übrigens Applaus. Das ist, äh, anscheinend, das muss noch gefixt werden. Scheinbar habe ich aber auch nicht die passende Version dafür. Wir werden schon sehen. Währenddessen kann ich euch ja unterhalten. Hallololo. Ba ba ba. Du 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 du. Wär das jetzt, nach 12, 13 Minuten passiert, hätte ich die Folge beendet, aber jetzt nach 9 Minuten geht noch nicht. aber übrigens dass man aus welchem bild um lauer im loading stream umhänge weil keine rückmeldung da steht ja da seht ihr die welten model film und dieses sm keller das war merkwürdiger son jetzt legt es sich erstmal wieder natürlich rum durch die gegend weil er noch mal frisch gestartet ist und bei der kompletten vorbereitung von wegen ich möchte das so starten das nicht schlägt war natürlich jetzt für uns das tut mir leid wenn jetzt gerade alles ruckelt und nachlehrt alter hast du auf gut jetzt ich muss doch mal schauen was ich machen kann aber die lex aufhören einfach mal was aus kein mensch braucht die tür zum beispiel braucht kein mensch alle aus alle weg so was passiert also ich möchte übrigens sagen das passiert auch dem besten oder dem besten der hat in seinem Prozent leibende Wurz Prozent mit Playjahr genau so viele viele Prozent Lerks und nachladen von bei der Strahlen sind ja ein die Gede Richtung umwandert wie ein Verrückter nach von links nach rechts von A nach B und landen um mit C und möchte ich jetzt natürlich Ich kann spoilern, ich kann kein Konkretz mehr spoilern, ich, haha, trotzdem werde ich es vermeiden, irgendwas zu sagen, was jetzt blöd wäre. Ja, kommen die Runde auch nochmal ab. So, Fern ist auch hier rein. Die machen wir jetzt noch nicht neu. Und den Baggypack wieder zurück. Wir reisen genau in diese Richtung weiter, ich möchte es nur mit meinem Fleisch wiederholen, denn ich brauche mein Fleisch. Und dann schauen wir jetzt nochmal. Schauen wir mal, ob wir irgendwie noch was finden. Vielleicht nochmal Villagerdorf, wo wir vielleicht mehr kriegen als sowas. Wobei, Villagerdörfer waren ja damals auch nichts Besonderes eigentlich. Weil halt auch so, man geht hin, holt sich die sein Gemüse und sind schmarrn und geht wieder. Das war damals Villagerdörfer. Meines Erachtenswissens nach. Und da ist es wieder abgestürzt. Jetzt sage ich aber, Dankeschön fürs Zuschauen. Und keine Ahnung, was das heute für ein Problem hat, diese Scheiße. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Minecraft Live in the Woods SmartPak IP. Vielen Dank für's Zusehen und bis dahin. Tschüss. Tschüss. So ein neues Scheiße. Mh, 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 mh.